Hawk Vantage 600 Laser Rangefinder bei AirGandhi Servus, schön, dass ihr reinschaut. Ja, heute präsentiere ich euch in meinem Kurzvideo einen praktischen Helfer für die Jagd oder für euren Schießstand und zwar den Hawk Vantage 600 Laser Rangefinder. Wofür brauche ich einen Rangefinder? Einen Rangefinder nutzt man immer dann, wenn man nicht genau weiß, wie weit das Ziel entfernt ist. Wenn ihr auf einem 100 Meter Stand seid, könnt ihr euch das auf jeden Fall schon mal sparen, weil da sollte man drauf vertrauen können. Aber anders ist es, wenn ihr zum Beispiel unterschiedliche Distanzen beschießt, bei der Jagd, beim Field Target, beim Hunter Field Target oder so und seid da am trainieren, habt ihr die Möglichkeit mit so einem Rangefinder von einer Distanz von 600 bis 600 Meter auf den Meter genau die Distanz eben auszumessen und dann könnt ihr euer Gewehr, euren Rennschuss direkt darauf einstellen. Wir haben eine sechsfache Vergrößerung, das heißt, auch wenn die Ziele weiter entfernt sind, holt ihr sie damit ein ganzes Stück ran und wir haben ein 21 Millimeter Objektiv vorne dran. Das Tolle an diesem Gerät ist, dass es nicht groß aufträgt, dass es kein riesiger Klotz ist, sondern mit einer Länge von 10 Zentimetern und einem Gewicht von gerade mal 170 Gramm merkt man das tatsächlich fast gar nicht, wenn man es mitnimmt. Für den Transport habt ihr so eine ultra praktische Tasche, das ist so ein Softcase mit der Möglichkeit, dieses an einem Rucksack zum Beispiel oder an eurem Gürtel direkt zu befestigen und so habt ihr die Hände frei und habt ihn trotzdem immer schnell im Einsatz. Betrieben wird der Rangefinder mit einer CR2 Batterie und das Gerät hat eine Abschaltautomatik, was euch natürlich eine ganze Menge Batterielebenszeit sichert. Wer möchte, kann die Distanzmessung von Meter auch auf Yards umstellen. Auf 1000 Meter habt ihr ein Sichtfeld von 140 Meter. Also ihr seht, da habt ihr wirklich einen großen Bereich, den ihr damit überblicken könnt. Das Optiksystem ist ein BK7 Prismen-System, das ist mehrschichtvergütet und hat eine sehr, sehr hohe Lichtdurchlässigkeit und eine originalgetreue Farbwiedergabe. Ich kann jedem empfehlen, der nicht statisch schießt, sondern auf unterschiedliche Distanzen oder zum Beispiel der für Hunter Field Target oder Field Target einfach trainieren will, Entfernungen einzuschätzen, sich so einen Laser Rangefinder zuzulegen. Bei mir ist es ein treuer Begleiter, der jedes Mal beim Schießplatz wirklich auf meinem Tisch dabei liegt und sehr, sehr häufig benutzt wird. Ich kann das Gerät absolut empfehlen. Es ist für den Draußeneinsatz wie gemacht. Es ist beschlagfrei, es ist wasserfest, es ist Stickstoff gefüllt. Wenn ihr noch Fragen habt, ihr bekommt das Gerät natürlich auf jabolo.de. Wenn ihr Fragen dazu habt, kontaktiert uns über das Kontaktformular, lasst uns gerne einen Kommentar da, guckt in dem Shop euch um. Da gibt es noch viele, viele weitere richtig coole Produkte rund um den Schießsport. Das soll es von meiner Seite aus gewesen sein. Ich danke euch ganz herzlich wieder für eure Zeit und fürs Zuschauen. Bis zum nächsten Mal. Ciao, servo, sagt der Gandhi. Tschüss. Untertitelung des ZDF, 2020